Musik Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Christian Sabadie. Ich habe Agrarwissenschaften an der Universität Hohenheim studiert mit Vertiefung auf Sonderkulturen. Mein Name ist David Gwast. Ich habe ebenfalls in Hohenheim Agrarwissenschaften studiert, jedoch mit dem Schwerpunkt Ökonomie. Im Jahr 2017 haben wir uns intensiv mit dem Thema Kaffee auseinandergesetzt und haben für unser Unternehmen eine geeignete Formel aufgestellt. Die Formel lautet wie folgt. Land plus Rohkaffee plus Kaffee Rösterei gleich Äthiopien Wild Coffee. Ja Christian, sehr interessante Formen, die du da aufgestellt hast. Aber nun mal der Reihe und Bedeutung nach. Lass uns deine Gleichung doch aufdröseln. Vor was steht denn das Land? Nun, das Land steht für unsere direkte Partnerschaft mit den Kleinbauern in Äthiopien und den dafür eingegangenen Land Leasing Vertrag. Durch die Ernte unseres Wildcafés wirtschaften wir mit knapp 900 Hektar Regenwald und schützen diesen vor der Abholzung. Hierbei fördern wir des Weiteren die Biodiversität und somit den Erhalt des wertvollen Ökosystems. Und des Weiteren fördern wir die Modernisierung und den Aufbau der Infrastruktur. Okay, interessant. Was hat es denn mit dem Rohkaffee auf sich? Nun, hier sprechen wir von einem absolut wilden Kaffee. Der genetische Ursprung der Arabica-Pflanze. Niemals gesät, niemals gepflanzt und niemals gedüngt. Das perfekte Mikroklima und die schattigen Bedingungen führen dazu, dass wir ein einzigartiges Aroma in unserem Kaffee haben. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist natürlich die Handlese und die spätere Aufbereitung des Rohkaffees. Okay, und wie ist die letzte Variable Rösterei zu verstehen? Nun, bei dem Thema Rösterei haben wir sehr lange überlegt. Wir waren uns unschlüssig, ob wir den Einstieg in den Röstmarkt tatsächlich machen sollen. Im Endeffekt haben wir uns dafür entschieden, weil wir gesagt haben, wir brauchen die komplette Wertschöpfungskette innerhalb der Firma, damit wir auch im Endeffekt die nötigen Profite in Äthiopien bzw. in der Region Benchmarchi reinvestieren können. Wo befindet sich denn die Rösterei? Die Rösterei ist genau hier in Schwäbisch-Gmünd, exakt oberhalb von Schwäbisch-Gmünd in Straßdorf oben. Was kostet mich der Kaffee? Wo kann ich den Kaffee kaufen und welches Kundensegment strebt ihr an? Der Kaffee kostet momentan im Onlinehandel die halbe Kilo Packung 14,50 Euro. Die Kunden, die wir in Zukunft anstreben wollen, sind kleine und mittelständische Unternehmen sowie Hotel und Gastronomie, als auch Sie als Privatkunden, unter der Voraussetzung, dass Sie nachhaltig denken. Die Summe ist also Äthiopien Wild Coffee. Wie ich sehe, fußt das auf dem Drehsöllenmodell der Nachhaltigkeit mit einem sozialen, einem ökologischen und einem ökonomischen Akzent. Absolut richtig. Allerdings ist es nicht ganz so einfach. Ohne unsere Partner vor Ort, wie zum Beispiel die Farmer und die Erntehelfer und unsere Leute hier im Hintergrund, könnten wir dieses Projekt unmöglich stemmen. Äthiopien Wild Coffee, sei nicht dumm, denk um. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus